Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Torkan Mon. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Kanal Top Football Manager Tactics. Heute habe ich einen kleinen Tipp für euch im Bereich der Taktikeinstellungen. Da gibt es nämlich ein kleines Problem bei Gamecube und das wollen wir uns heute mal gemeinsam ansehen und auch schauen, was wir dagegen tun können. Dazu wechseln wir als erstes einmal über unser Team in die Mannschaftsaufstellung, um dort dann entsprechend oben rechts Taktik einzustellen und dann entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Hier insbesondere einige Änderungen, die ihr hier verfolgen könnt. Nachdem ich jetzt einige Änderungen durchgeführt habe, gehe ich wieder zurück ins Hauptmenü, um dann wieder direkt zurück zu gehen auf meine Mannschaftsaufstellung. Dort eben wieder in den Bereich der Taktik oben rechts, um mal anzusehen, wie es aussieht. Was hat sich bei mir getan, was hat sich geändert und wie ihr feststellen könnt, die kompletten Änderungen, die ich eingegeben habe, wurden nicht gespeichert und wurden nicht übernommen. Das heißt, die Taktik steht nicht wie gewünscht zur Verfügung. Es gibt eine Lösung und diese Lösung möchte ich euch kurz aufzeigen. Dazu ändere ich nochmal meine entsprechende taktische Ausrichtung, damit ihr das genau verfolgen könnt und die Taktik eurer Mannschaft dann auch tatsächlich so durchgeführt wird, wie ihr das wünscht. Damit das Ganze funktioniert, müsst ihr das Spiel, die App komplett verlassen, wie ihr eben gesehen habt, um dann anschließend nochmal die App komplett neu zu starten. Das geht jetzt einige Augenblicke, ich zeige es euch aber ungekürzt, damit ihr sehen könnt, dass hier nicht irgendwie was gefakt wurde in der Zwischenzeit. So, wir sind jetzt wieder zurück im Spiel und um das Ganze durchzuchecken, gehen wir wieder auf unser Team und schauen in der Mannschaftsausstellung oben rechts auf die Taktik, klicken das an und dann schauen wir mal, ob das Ganze gespeichert wurde und ob das Ganze entsprechend so ausgeführt wurde, wie wir das gewünscht haben. Und ihr könnt sehen, das hat diesmal funktioniert. Sprich, ihr müsst daran denken, ihr müsst aus dem Spiel heraus und dann wieder neu einsteigen. Leider habe ich festgestellt, dass die Änderungen der Taktik auch während eines Spiels zum Teil verpuffen und gar nicht durchgeführt werden. Insbesondere, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer defensiven Taktik auf eine offensive Taktik umstelle und möchte, dass die Spieler die Pässe mehr nach vorne in die Spitze spielen, werden trotzdem die ganze Zeit immer noch Rückpässe gespielt. Dieser Fehler tritt allerdings nicht immer auf. Es kann auch sein, dass es ganz normal funktioniert, wenn ich die Taktik im Spiel umstelle. Ihr müsst halt schauen, wie es aussieht, notfalls wirklich rausgehen aus dem Spiel nochmal und dann eben nochmal reingehen und zu hoffen, dass die taktische Ausrichtung dann entsprechend umgestellt wurde während eures Spiels. So, das war es erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, liked mich. Würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder sehe und abonniert meinen Kanal. Danke und bis bald, euer Tarkanmon.